Ich kann nicht glauben, dass sie zurück sind. Alles klar. Das ist so eine Fee. Wenn ihr eine seht, draufhauen. Aber sie sind unsichtbar. Feeen kann man doch nur mit seinem Herzen sehen. Mein Herz sagt da, darunter sind welche. War doch nur Farbe. Vielleicht sind sie ja weg. Ah, Louis, dein Popo. Ah, Mom, dich greifen waschklammern an. Was machen wir jetzt nur? Es reicht. Wir müssen eine ordentliche Schippe drauflegen. Jetzt geht's los. Fangkörbe? Wenn man damit Krabben fangen kann, kann man damit auch Feen fangen. Das ist dein Handy. Wo ist es denn hin? Es liegt da drüben. Ich hol's dir. Louis, halt! Ich kann nicht mehr aufhören zu tanzen. Das ist ein Feenring. Wenn man ihn betritt, tanzt man und tanzt man, bis man umfällt. Oh nein! Mal sehen, ob ich sie mit Bingo da rausmurmeln kann. Ja, sie ist das Murmelchen. Ja! Oh, ich kann nicht aufhören zu tanzen. Wie konnte ich denken, dass es funktioniert? Bingo, halt dich fest! Hurra! Oh nein, seht doch! Ja! Wir brauchen einen neuen Plan. Wir rufen die Polizei. Dein Handy liegt aber im Feenring. Wir müssen den Feen wohl geben, was sie wollen. Ja, und dann lassen sie uns in Ruhe. Was? Ich belohne kein ungezogenes Verhalten. Ah! Dad, guck doch! Hä? Ah! Oh, ihr kleinen Pfingstlinge! Was wollen die Feen denn von uns? Vielleicht hat einer von uns die Gefühle einer kleinen Fee verletzt. Und jetzt zetteln sie ganz viel Unsen an. Na ja, wenn das stimmen sollte, wie sollte dieser eine von uns das mit den Feen denn wieder gerade biegen, frage ich mich. Hm. Bingo, bist du mutig genug, um nach Hinweisen zu suchen, was die Fee glücklich machen könnte? Bin ich! Ah! Oh, Bandit! Deine Arzt? Was denn? Das war eine Fee! Schau Bluey im Disney Channel.